Das Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute, das hier wird definitiv unangenehm. Es geht um Feine Sahnefischfilet bzw. ein Bandmitglied. Und da gab es jetzt einiges an Konfusionen im Internet. Es gab eine Ankündigung, es gab Äußerungen, Statements, Anschuldigungen. Die ganze Sache kocht gerade total über und super viele Leute sind einfach total verwirrt. Ich denke, die beste Vorgehensweise an dieser Stelle ist einfach, erst einmal wirklich alles nacheinander durchzugehen. Anschließend würde ich dann mit euch über das sprechen, was ich denke. Natürlich seid ihr die ganze Zeit herzlich eingeladen, unten in den Kommentaren eure Meinungen zu hinterlassen. Und ich werde auch auf ein paar Auffälligkeiten eingehen. So Dinge, die mir einfach aufgefallen sind bei beiden Seiten. Ich denke, das ist die beste Vorgehensweise, anstatt parallel zu kommentieren. Einfach nur, weil ich erstens einmal will, dass ihr euch alles einfach gebt. Ohne da jetzt irgendwie großartig beeinflusst zu sein durch dieses parallele Kommentieren. Einfach, um euch selbst da erst einmal zu festigen. Und dann würde ich euch mit dem konfrontieren, was halt so meine Entscheidungsfindung oder Wahrnehmung des Ganzen ist. Plus eben auf ein paar Dinge hinzuweisen, die euch an dem Punkt eventuell ja auch schon selbst aufgefallen sind. Beginnen wir einfach mal mit dem Statement von Feine Sahne Fischfilet, das vor der Veröffentlichung der Anschuldigung bereits online ging. Die haben das auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Und da stand folgendes. Moin Leute. Wir haben mitbekommen, dass es eine Seite im Internet gibt, die vermutlich demnächst gegen uns verschiedenste Vorwürfe veröffentlicht. Wir wissen nicht, worum es gehen wird. Wir wollen offen damit umgehen und wir wollen euch einfach sagen, wir werden diese Vorwürfe ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Wir haben auch in der Vergangenheit nie versucht, irgendwelche Vorwürfe zu deckeln. Wenn Sachen direkt an uns herangetragen wurden, haben wir uns dazu geäußert und immer das Gespräch gesucht und das wird auch so bleiben. Uns ist bewusst, dass eine Band, die nur aus Typen besteht, zu Problematiken führen kann. Genau aus diesem Bewusstsein heraus haben wir verstanden, dass wir zuerst bei uns anfangen wollen und befinden uns hier mitten im Prozess. Deswegen arbeiten wir schon seit längerem mit Miss Berlin und anderen Menschen zusammen, die uns dahingehend beraten, sensibilisieren und uns immer wieder auch konfrontieren. Egal was kommt, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die von externen Menschen betreut wird, an die sich alle wenden können, die das Bedürfnis haben, Vorwürfe aufzuarbeiten. Die Band wird dort nicht mitlesen, außer es ist von einer Person explizit gewünscht. Außerdem werden wir nun Psychologen oder eine Psychologin mit draufschauen lassen, um einen richtigen Umgang zu finden. Dann die E-Mail-Adresse. Wer sich damit nicht wohlfühlt, kann sich an eine der vielen guten Beratungsstellen wenden, die es auch schon gibt. Wir werden versuchen, damit sensibel und verantwortungsvoll umzugehen. Feine Sahne Fischfilet. PS, bitte achtet in den Kommentaren auf eure Wortwahl und euren Umgang miteinander. Das Bild, das in diesem Beitrag mit angehangen wurde, war ein Bild von der Instagram-Seite Niemand muss ein Täter sein. Hatte zuvor bereits eine Ankündigung gepostet, also sozusagen ungefähr 20 Stunden oder 18 Stunden, bevor das Statement von Feine Sahne Fischfilet online ging, gab es auf diesem Profil eine Ankündigung. Und dort ist eben auch dieses Niemand muss Täter sein Bild zu sehen. Es gab auch diese Story hier. Wie gesagt, ich komme zu allem, was ich zu allem denke, noch am Ende. Schließlich waren die 24 Stunden der Ankündigung rum und es ging ein Beitrag auf dieser Seite online. In dem Beitrag stand folgendes. Linke Räume sollten Safer Spaces sein für flinte Personen, sowie alle Menschen und sich mit allen betroffenen Menschen solidarisieren, die sich durch patriarchale Machtstrukturen, Diskriminierung, Missbrauch und Übergriffe unterdrückt und bedroht fühlen. Jan Gorko, bekannt als Monschi, steht mit der Band Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne und hat sich damit auch in linken Kreisen einen Namen gemacht. Aktuell tourt Jan Gorko mit Lesungen zu seinem Buch niemals satt durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland und erreicht in Rezensionen die Zuschreibung einer ungeschönten, selbstkritischen, grundehrlichen Selbstreflexion. Wir meinen, Jan Gorko ist schonumslos, gewalttätig, narzisstisch, hart, maßlos, grenzüberschreitend und bekennender Lokalpatriot. Nur kurzer Einwurf, vielen ist, als ich dazu, was in meiner Story gepostet hatte, die Schriftart, die hier gewählt wurde, bei den Beiträgen aufgefallen. Und ich meine, ich glaube, speziell Leute mit Migrationshintergrund haben immer ein komisches Gefühl, wenn sie so eine Schriftart irgendwo sehen. Aber ich denke, hier ist vielleicht dann das, worauf Bezug genommen wird. Gegen Jan Gorko gibt es Anschuldigungen, sexualisierte Gewalt und das Machtmissbrauchs. Wir wissen, dass er ein Täter ist. Wir wollen hier allen Betroffenen größtmöglichen Schutz bieten und werden daher an dieser Stelle keine Einzelheiten über die Taten veröffentlichen. Wir fordern, schaut hinter die Fassade Solidarität mit allen Betroffenen. Wir können das Handeln und das Schweigen des Labels Audiolid, des Managements, JKP und vor allem von Feine Sahne Fischfilet in keinster Weise verstehen und sind erschüttert. Wie sich das öffentliche Bild dieser Person, die sich nach außen mit solidarischen und politischen Aktionen schmückt, halten kann. Wir schenken allen Betroffenen uneingeschränkten Glauben und fordern. Wenn ihr selbst betroffen seid, möchten wir euch herzlich einladen, uns zu schreiben. Wir werden ein offenes Ohr für euch haben. Gerne können wir auch eine Plattform bieten, um betroffenen Personen zusammenzuführen und geben euch gerne jegliche Unterstützung und Support. Uns liegt dieses Thema sehr am Herzen, da wir teilweise selbst betroffene Personen sexualisierter Gewalttaten sind. Eine entsprechende E-Mail-Adresse wird aktuell eingerichtet und in den kommenden Tagen hier und über unsere Kanäle veröffentlicht. Gleichzeitig wurde auch ein Blog in der Bio des Accounts verlinkt, wo derselbe Text noch einmal drinnen steht und unter dem Blog wird auf verschiedene Artikel über Jan Gorko hingewiesen. Natürlich werde ich euch den Blog unten verlinken, damit ihr auch euch diese Artikel alle da durchlesen könnt. So, kommen wir jetzt mal zu dem, was mir aufgefallen ist und was ich generell einfach darüber denke. Ich denke, ich beginne erst einmal mit der Seite, keiner muss Täter sein, weil das wahrscheinlich auch das ist, worüber sich die meisten Leute aufregen werden. Ich muss einfach sagen, große Teile des Statements dieser Leute hinter der Seite kann ich definitiv eins zu eins unterschreiben und ich denke, dass viele Dinge, die hier erwähnt werden, definitiv gute Ansätze sind und definitiv wichtige Dinge sind, die vielleicht einfach mal ein bisschen zu realisieren oder zu internalisieren. Sachen, zu denen ihr dann auch viele Nachrichten geschrieben habt, war zum Beispiel einmal einfach die ganze Aufziehung dieser Geschichte hier und da muss ich auch sagen, hatte ich einfach ein sehr komisches Gefühl dabei. Erstens, die ganze Sache mit der Zeitankündigung, die Story mit den Flammen und diesen Balken mit den Flammen, wo man einschränken konnte, wie krass man das findet oder was auch immer, habe ich als brutal geschmacklos empfunden. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch noch nicht, was genau jetzt die Sache ist, die hier in einer Anschuldigung veröffentlicht werden soll, aber man konnte es sich natürlich denken. Es gab ja auch schon gewisse Gerüchte einfach über die Gruppe oder gewisse Mitglieder der Gruppe und so haben einige Leute natürlich bereits vor Veröffentlichung unter dem vorherigen Ankündigungsbeitrag gewisse Dinge kommentiert oder allgemein im Internet diskutiert. Und auch ihr habt mir Nachrichten geschrieben und einfach auch in Bezug auf das Thema nochmal zusätzlich war für mich die Geschmacklosigkeit nochmal ein ganzes Stück schwerer. Manche haben argumentiert, dass es eben darum ging, so schnell wie möglich so viel Reichweite wie möglich einfach auch aufzubauen und dass eben deswegen dieser Weg gewählt wurde. Ich denke definitiv, es gäbe da andere Wege, dasselbe Ziel zu erreichen und ja, finde das tatsächlich nicht schön, wie das aufgezogen wurde. Dann die Sache mit der Schrift. Ja, das haben tatsächlich sehr viele Leute auch in Nachrichten geschrieben, aber ich denke, dass dann der Begriff Lokalpatriot vielleicht diese Verbindung herstellt, was damit angespielt werden soll oder dergleichen. Das ist jetzt einfach meine Vermutung. Natürlich weiß ich jetzt nicht, warum die Leute das so gewählt haben und dazu wurde auch nichts gesagt. Kommen wir jetzt mal aber zu den Anschuldigungen an sich und hier wird es für mich einfach super schwierig. Denn auf der einen Seite, und das kann ich auch nur wiederholen, so habe ich mich auch in der Vergangenheit wieder zu dem Thema geäußert, kann ich mich natürlich sehr gut in die Person oder in die Rolle eines Opfers, das jetzt nicht unbedingt die Gerechtigkeit erhalten hat, hineinversetzen. Mittlerweile wisst ihr auch warum. Zeitgleich sehe ich das als extrem schwierig an, konkrete Maßnahmen, Konsequenzen oder Repressalien, was auch immer zu fordern, ohne selbst irgendwie genau irgendwas zu liefern. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben jetzt hier Anschuldigungen, Aussagen, aber eigentlich so ziemlich keine Basis. Und ja, das ist in solchen Fällen leider immer schwierig, aber durch die Anonymität wird halt dieser Effekt des wahrgenommenen fehlenden Einsatzes verstärkt. Manche Leute nehmen das, glaube ich, so wahr, dass wenn hier Leute Bedenken haben, dass denen darum geht, irgendwen zu silencen oder die wollen einfach nicht, dass Opfer irgendwie eine Stimme bekommen oder solche Sachen. Und ich denke nicht, dass einige Leute diesen Standpunkt vertreten. Ich denke, man kann sehr deutlich sagen, dass es definitiv diese Leute gibt und leider zuhauf. Aber einige Leute, die da ihre Bedenken äußern, tun es in meinen Augen echt mit einer gewissen Berechtigung. Denn dadurch, dass alles anonym ist und nichts Genaues irgendwie genannt wird, hat es einfach den Effekt, dass es wirkt, als wäre da ein fehlender Einsatz. Ich denke, allein wenn es eine Person gegeben hätte, die sich als Gesicht hergegeben hätte oder sowas, würde das nochmal viel verändern. Wobei wir natürlich auch in der Vergangenheit beobachten konnten, was dann auf solche Personen einprasselt. Also ja, ich kann auf der einen Weise verstehen, wieso man so handeln könnte, sollte man betroffen sein. Gleichzeitig kann ich aber auch ganz gut verstehen, warum Leute da durchaus sehr vorsichtig sind, nachdem sie das gelesen haben. Denn man muss einfach sagen, die Art und Weise, wie das aufgezogen wurde und dann halt auch dieses ein bisschen verpuffende Momentum, dadurch, dass da jetzt nichts Genaues war, wird man halt einfach skeptisch. Und das kann ich verstehen. Natürlich dann auch noch die Sache mit dem gewählten Zeitpunkt, mit der Tour etc. Trotzdem muss man auch sagen, es gab davor schon Gerüchte, die im Umlauf waren. Man muss dazu sagen, dass es auch interessant ist, dass die bei Feine Sahne Fischfili dieses Statement im Voraus rausgehauen haben und dann auch gleich eine E-Mail-Adresse sowas einrichten wollten etc. Ich finde das mit der E-Mail-Adresse tatsächlich ein bisschen komisch. Ich kann mir vorstellen, dass das aus einer guten Intention heraus entstanden sein könnte. Gleichzeitig vermittelt das aber irgendwie auch den Eindruck, als würde man das gerne in einer internen Stelle sammeln, ohne dass es irgendwie ausstrahlt und woanders landet. Versteht ihr, was ich meine? Die sagen zwar, sie lesen nicht mit, trotzdem ist das etwas, was von denen eingerichtet wurde. Also, dass diese E-Mail-Adresse von mir kritisch gesehen wird, kann man, glaube ich, verstehen. Und dann gibt es in einem Statement einen speziellen Satz, auf den ich gerne eingehen würde, weil er mir wirklich absolut unverständlich ist und auch die Tatsache, dass er überhaupt da drin gelandet ist, mir absolut unverständlich ist und doch irgendwo auch ein bisschen das Mindset anscheinend widerspiegelt, weil irgendwo muss so eine Formulierung ja herkommen. Und das ist der Satz, uns ist bewusst, dass eine Band, die nur aus Typen besteht, zu Problematiken führen kann. Da denke ich mir, das wird hier so dargestellt, als wäre es natürlich, dass wenn eine Bande Typen unterwegs ist, das zu unangenehmen Dingen führt. Und nein, daran ist nichts natürlich. Nur weil eine Horde Typen irgendwie unterwegs ist, heißt das nicht, dass es zu Dingen führen wird. Nein, also das tut es nur, wenn die halt Grenzen überschreiten und das ist nicht okay. Diesen Satz finde ich tatsächlich sehr, sehr seltsam. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich drunter kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das getan habt. Bin interessiert daran, was so eure Gedanken dazu sind, ob euch noch Dinge aufgefallen sind, die ihr gerne hier erwähnt hättet. Natürlich würde ich mir wünschen, dass man einen gewissen Umgangston wahrt. Solche Themen tendieren natürlich immer gerne dazu, dass es von beiden Ecken absolut überkocht. Das war es jetzt aber auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe einfach, sollte da was sein, dass es die entsprechende Aufmerksamkeit erhält und auch die entsprechende Aufklärung erhält. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.